Sonnet 21 Franziski Petrarke von Martin Opitz Gelesen für LibriVox.org Ist Liebe lauter nichts, wie dass sie mich entzündet? Ist sie dann gleich wohl was? Wem ist ihr Tun bewusst? Ist sie auch gut und recht? Wie bringt sie böse Lust? Ist sie nicht gut? Wie, dass man Freude aus ihr empfindet? Lieb ich und allen Zwang? Wie kann ich Schmerzen tragen? Muss ich es tun? Was hilft's, dass ich solch Trauren führe? Hebe ich es ungern an? Wer dann befiehlt es mir? Tu ich es aber gern? Um was hab ich zu klagen? Ich wanke wie das Gras So von den kühlen Winden Um Vesperzeit bald hingeneiget wird, bald her Ich walle wie ein Schiff Das durch das wilde Meer Von Wellen umgejagt Nicht kann zurande finden Ich weiß nicht, was ich will Ich will nicht, was ich weiß Im Sommer ist mir kalt Im Winter ist mir heiß Ende von Sonnet 21 Franziski Petrarke Diese Aufnahme ist in der Public Domain Gelesen von Dom Bombadil T Etage tutti S S S Vielen Dank.